Hallo, meine Freunde! Wie geht es euch heute? Ich hoffe, es geht euch gut. Wie ihr seht, meine Freunde, ich helfe meiner Frau Anna im Haushalt. Helft ihr auch euren Frauen, Jungs? Frauen brauchen auch Ruhe. David, wenn du fertig bist, vergiss nicht, das Wohnzimmer zu putzen. Natürlich, Liebling! Ich helfe meiner Frau bei allem. Die Frau ist sehr wichtig im Leben des Mannes. Und ihr solltet dankbar für sie sein. Es ist das Mindeste, dass ihr ihr helft, und ihre Meinung zu hören. Die Zimmer sollten sauber sein. Sauberkeit ist das Zeichen von Zivilisationen. Immer gut eure Zimmer sauber machen. Wenn du keine Spinnennetze in deinem Haus sehen möchtest, steh auf und fang an zu putzen. Mach Sauberkeit zu deinem Motto. Sauberkeit ist der Schlüssel zur Gesundheit und zum seelischen Wohlbefinden. Eine Reinigung ist ausreichend. Ich werde gehen, um auch Mias Zimmer nicht zu verpassen. Anzeige Hüttchen Der Schlüssel der Schlüssel ist der Schlüssel. Schmerzen 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 Papa, was machst du in meinem Zimmer? Mia, warum ist so viel Unordnung in deinem Zimmer? Was möchtest du, Papa? Lass mich weiterschlafen. Steh auf und putz dein Zimmer, Mia. Siehst du nicht, dass ich liege, Papa? Deine Mutter wird verärgert sein, wenn sie dein Zimmer so sieht. Steh auf, los geht's! Papa, bitte geh aus meinem Zimmer heraus. Ich werde nicht gehen, bevor du dein Zimmer aufräumst. Und was wirst du tun, wenn ich nicht aufstehe? Ich werde dir eine Geschichte über ein Mädchen lesen, das dir ähnlich ist. Oh mein Gott! Papa, bitte lass mich in Ruhe und kümmere dich nicht um mich. Nein, meine Tochter, ich möchte dir etwas beibringen. Hör gut zu der Geschichte zu, meine Tochter. Die Geschichte hat viele Lektionen. Am Ende der Geschichte werde ich dir einige Fragen stellen. Und auch an euch Zuschauer. Achten Sie gut auf die Geschichte. Los geht's! Ich möchte schlafen. Nur zuhören, Mia. Titel der Geschichte Lena und ihr wundersames Zimmer In einem kleinen Dorf lebte ein kleines Mädchen namens Lena. Jede deiner Geschichten beginnt in einem Dorf. Dörfer sind schön, meine Tochter. Die meisten Geschichten finden in Dörfern statt. Hör genau zu, Mia. Lass uns weitermachen. Lena war ein intelligentes und aktives Mädchen. Aber sie war sehr nachlässig, wenn es um die Sauberkeit ihres Zimmers ging. Ihr Zimmer war voller Spielzeug, Farben und Sachen, die überall verstreut waren. Der Vater, Herr Thomas, hatte immer versucht, sie zu ermutigen, ihr Zimmer zu reinigen. Er beriet sie über die Bedeutung von Sauberkeit. Und wie wichtig es ist, den Ort sauber zu halten. Es trägt zu ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit bei. Dennoch ignorierte Lena immer die Ratschläge ihres Vaters und legte die Diene gleichgültig an Orten ab, wo sie nicht hingehörten. Eines Tages Während Lena in ihrem unordentlichen Zimmer nach etwas Verlorenem suchte, fiel sie auf ein Stück Papier mit einer seltsamen Nachricht. Die Nachricht lautete Wenn du finden möchtest, wonach du suchst, beginne damit, deinen eigenen Raum zu reinigen. Sobald sie es gelesen hatte, war Lena überrascht und begann über die Bedeutung der Nachricht nachzudenken. Sie war sich nicht sicher, ob die Nachricht real war oder nur Einbildung. Aber sie beschloss, es auszuprobieren. Lena begann langsam ihr Zimmer aufzuräumen. Während sie die Dinge sortierte, begann sie Dinge zu finden, die sie seit langem verloren hatte. Und je weiter sie beim Aufräumen vorankam, desto sauberer und ordentlicher wurde das Zimmer. Während Lena ihr Zimmer weiter aufräumte, bemerkte sie eine seltsame Veränderung. Die Möbel im Zimmer begannen sich von selbst zu bewegen und die Spielzeuge begannen ihre Farbe zu ändern und mysteriöse Geräusche füllten den Raum. Am Ende, als Lena das Zimmer vollständig aufgeräumt hatte, erst reihte das Zimmer in Magie und Schönheit. Die Möbel waren schön angeordnet und die Spielzeuge glänzten hell. In der Ecke fand Lena endlich das, wonach sie gesucht hatte. Eine alte Puppe, die ihre Farbe geändert hatte und schön und neu aussah. Lena verstand die Lektion, die ihr die mysteriöse Nachricht beigebracht hatte. Sauberkeit und Ordnung haben eine magische Kraft und können Schönheit und Glück ins Leben bringen. Seitdem wurde Lena zur Inspiration für Sauberkeit und Ordnung und ihr Zimmer war immer sauber und schön. Die Geschichte ist zu Ende. Denkst du, ich bin so dumm? Möchtest du, dass ich aufstehe und nach einer magischen Nachricht suche? Das sind nur Märchen für Kinder, Papa. Das gilt nicht für mich. Ich bin klug genug, um das zu wissen. Beruhige dich, meine Tochter. Es ist wirklich nur eine Geschichte. Ich habe eine Frage an dich, Mia. Was ist die Hauptbotschaft der Geschichte? Sauberkeit und Ordnung haben eine magische Kraft. Glaubst du das wirklich, Papa? Ich habe eine letzte Frage an dich. Welche Botschaft können wir aus Lenas Erfahrung ableiten? Papa, genug mit den Fragen. Meine Freunde, bitte helft mir. Wenn ihr die Antwort auf diese beiden Fragen wisst, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich möchte schlafen und mich von meinem Papa ausruhen. Schnell, bitte. Sagt mir, ob euer Zimmer ordentlich ist oder nicht. Ich möchte wissen, ob ich allein bin oder ob es andere wie mich gibt. Vergesst nicht, die vorherigen Videos anzuschauen. Unterstützt uns, indem ihr auf den Gefällt-mir-Button klickt, um zu wissen, ob euch das Video gefällt oder nicht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in einer neuen Episode. Bis zum nächsten Mal in einer neuen Episode.